Jo Bratanz, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute Mystic Secrets auf 50 Euro Freispiele und ich würde sagen wir starten mal rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Mann, der war so ziemlich gut heute. Geile Sache. Oha, noch Verlängerung. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wenn die zwei vorne kommen, sind wir schon mal gut, aber leider dahinter nichts allzu Gutes. Ja, geil. Heftig. Sehr schön. Was ist das für eine heftige Runde? Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Heftig. Was ist hier los? Der gibt ja richtig gerade. Ich habe noch nie so viel bei diesem Spiel gewonnen. Was für eine krasse Runde ist das denn? Oh, und hier ist ein Buch vorbeigefahren. Noch eine Verlängerung. Der ist ja der Geile. Komm schon. Was ist hier los? Ja, geil. Noch mal ein Tausender um in die Fünfzehner. Klasse. Oh, ich dachte, er verlängert nochmal, letzte Runde, krass, 15.800 Euro, was ist das bitte für eine Runde, das habe ich noch nie gesehen in dem Spiel, krass. Einfach nur krass. Einfach nur krass. Okay, direkt wieder drin, hat ja nicht gerade lange gedauert. Los geht's. Schade, dass dahinter nichts Gutes gekommen ist. Schade, dass das A nicht runtergegangen ist. Oder hier, das wäre noch krasser, wenn hier noch ein Kopf wäre. Im Wild, gar nicht gesehen. Ja, krass, der verlängert ja ohne Ende. Was ist das bitte? Hier steht jetzt natürlich das Buch. Ja. 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 Je. Ja. Ok, letzte Drehung, vielleicht verlängern wir nochmal. Wieder 7.000 Euro, der Automat ist ja richtig heiß, krass, was ist hier los, würde ich sagen, probiere ich wieder meinen Glück, vielleicht geht der nochmal so schnell rein. Ja. 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 gut nix mehr ich glaube das ist dann ein guter zeitpunkt umzugehen bis zum nächsten video haut rein brattanz ciao